so steinax ich verlasse mein zuhause nur mit waffen im eingang stehen bleiben wo man hoch rüpfen muss okay moment ja ich habe einen stalker graben gebaut pass auf wie geil ist das denn hier war immer das mal auf hier zug das ist so dass wir ihn sich durchliest das ist einfach perfekt mal gucken wie das aussieht wenn man zuschaut also du musst ihn halt in die hand nehmen bei mir hat sie dir gerade ins gesicht geschoben mit dem mund oder war auf einmal weg hat sie gefressen siehst du wie wissensbegierig ich bin oh ja was auch ich habe noch so ein ding gibt's dir was auf ich habe doch auch noch was nach maschinenbau nein bauplan scharfschützengewehr davon habe ich auch noch zwei bauplan benzin kann das alles nämlich auch damit so dann können wir hier einmal fressen mampf kann ich das nicht auch irgendwie wegschmeißen wenn ich das so in der hand habe gerade was ich dafür immerhin ich habe gerade deinen kolben in der hand was ist ich habe dir gerade schon kinder guckt weg guckt weg ich habe hier ein scharfschützengewehrbauplan achten und benzin kann es da auch ja wohl die ist gerade gesprungen der bauplan das spiel macht mich fertig hatte das spiel bringt mich auf das echten spiel das spiel bringt mich um ich komme nicht drauf klar das spiel heute wegen klubschies beerdigung das ganze ist vorverlegt um nicht nur mal hier bauplan scharfschützengewehr neu warum habe ich noch einen habe ich drei und behalte ich den mauer aus morgen kann ja sicherlich nicht schaden ich muss mal gucken dass ich irgendwie ein bisschen platz im inventar schaff so wächter maismehl bonbon dose man konnte das doch auch irgendwie verarbeiten so zu eisen und so was oder ja mit einer schmiede gott okay ich habe nichts gesagt wie macht man die ja mit einer schmiede alles klar ich habe keinen plan ich weiß bescheid oh scheiße da ist der geist ich will sowas nicht hören habe ich gesagt ja ich verstecke mich gerade nicht rausgehen hörst du das geräusch ja komm mir jetzt nicht mit so'n scheiß dass hier jetzt irgendwas in der nähe ist als er hier reinkommt ich stehe in der ecke neben der tür ich würde ihn dann erschießen wenn er dich gerade holt okay gut zu wissen ja du bist hier der glubschi du siehst alles ich will aber keine geister sehen oh fuck kommt der da warte mal hä ist oh shit was da hinten war was jetzt komm hier nicht mit so'n scheiß jahren alter das kannst du mir nicht you are durstig ich muss was trinken you are durstig keine witze wenn der geist kommt ich muss aber mitzumachen so scheiß ich mir die toilette kann man den irgendwie ignorieren man doof gefragt guckst ihn einfach nicht an und dann denkt er sich so ja okay dann nicht ja okay wie bei family guy mit den noten wenn du sie ignorierst sehen sie dich nicht ähm ja brauchst du verbände ich hab nen kochtopf ich brate den wenn der kommt brauchst du verbände ich könnte dir einen abgeben zack was hast du denn da jetzt im geschenk weiss ich nicht das hatte ich dabei das hatte ich die ganze zeit im inventar und ich kann einfach nix damit anfangen es abbauen er packt da einfach mal kochtopf rauf er kommt wenn man sich versuchte um ja du hast du dringst und ging okay scheiße something something ich trinke auch mal gerade was oh shit da steht jetzt 28 prozent ist das mein mageninhalt oder was ja dann sollte ich vielleicht mal ein bisschen mehr trinken war 54 blut ja guck mal aus der tür siehst du das da auch hinten bei dem weißen blumen ich sehe weiße blumen ich weiß es nicht nur mit häh was holen ähm was siehst du denn da angeblich immer sag mal willst du mir nur angst machen oder was deswegen hab ich auch selbst schiss ne hä du sagst du hast doch immer gesagt er kommt nur wenn man alleine ist ja aber es äh er läuft natürlich also er schwebt draußen rum ähm aber ich dachte der kommt nur wenn man alleine ist ja die tür werde den geist aufhalten denn da macht er direkt so ein krankes dünn hin ein dünn hin ein dünn x2 ich hab ein dünn dahin gemacht x2 oh man ey ähm da war wieder das geräusch da sind wieder wölfe unterwegs bei mir gerade Was war das jetzt? Ich will nicht mehr. Werden Essen und Trinken eigentlich Eid sind gezielt? Ja. Okay, dann sollte ich vielleicht mal was essen. Wie das aussieht wie so ein Ding. Warte mal, ich habe auch irgendwo einen Kolben hingefacht. Ach, du hast alle genommen. Komm, du Frechtax. Gib mir mal einen ab. Weißt du was, ich trinke mir jetzt eine Flasche Kleber. Ich habe nichts zu trinken. Prost. Lol, du hast bei mir einfach nur einen Sack in der Hand gehabt. Ja, bei mir auch. Sterbe ich jetzt davon? Äh, wie hat... Ich habe mir... Ne, ich dachte gerade. Was? Wie hat... Ich dachte gerade, ich habe einen Herzinfarkt. Das ist aber eine Sonne. Ach, mein Kreis. Ich bin nur überhint. Er hat wieder einen Herzinfarkt. Soll ich mal rausgucken? Hi. Ja, also wie funktioniert der Geist? Ah! Scheiße, Wix, Alter. Ich hasse dich. Ich hasse dich zu behaupten, Alter. Alter, was bist du für ein Sack, ey? Das kannst du mir nicht antun. Du bist gemein. Das tut mir leid, aber das war geil. Mann, ey. Ich... 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 Ich fühl mich hart gemobbt hier. Ich habe gerade rausgefunden, mit Verbänden kann man sich gar nicht heilen. Die sind nur zum Blutstoffen da. Ich habe nur noch 33 Leben. Ich habe nur 64. Aha. Sag mal, sind das da hinten rote Blumen oder sind da rote Augen? Sind rote Blumen, glaube ich. Warte mal, wo? Ey, ich höre hier so viele Geräusche. Ich bin so paranoid. Äh, da geradeaus so. Hol dir mal ein iPod, dann hörst du nur noch eine Sache. Läufst dir so einfach durch die Gegend. Hörst irgendeinen Scheiß-Song. Alle laufen hinter dir her. Du bist da am Updancen. So drei Millionen Zombies, fünf Geister. Also ab, nach drei ist der Geist unterwegs, oder was? Nö, der ist nach, äh, null unterwegs. Der ist direkt unterwegs, alles klar. Äh, was macht man denn, wenn man alleine spielt? Dann ist das Hardcore. Ähm. Aber du musst mal bedenken, die Map ist groß. Die Chance, dass er sich wirklich sofort findet, ist gering. Okay, also der kommt nicht einfach so, wenn du jetzt länger unterwegs bist und, äh, dann denkt er sich so, moin. Er spawnt nicht direkt bei dir, nein. Ach so, okay. Aber, äh, äh, hä? Warte, 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 warte. Du hattest doch gesagt, der ist, ähm, weiß Bescheid. Okay, was willst du fragen? Du hast doch gesagt, wenn man länger alleine unterwegs ist, dann kommt der. Ja, weil er dich dann irgendwann finden wird. Hab mir ein Kollege so erzählt. Also je länger man alleine unterwegs ist, äh, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit dann, oder was? Genau. Weil so könnte er uns ja eigentlich auch trotzdem finden. Und schon wieder ein paar Wölfe unterwegs hier. Ja, wir sind gerade sehr produktiv hier. Alter. Meins. Kann man denn da in den Schlafzock wieder spawnen? Genau. Nice. Äh, wo findet man den? Was braucht man dafür? Das heißt, werde ich in diesem Haus hier umgebracht, spawn ich hier wieder. Okay, gut zu wissen. Flasche Kleber. Nee, ich brauche einen Kolben. Ähm, wo findet man den? Auf, äh, du musst auf Basics gehen. Ah, Basics schon wieder. Ja. Und dann entweder Seite 1 oder 2. Schlafsack da. Auf die Pflanzenfaser nur. Ähm. Lass mich raten, du hast die benutzt, die ich da endlos viel reingepackt hatte in den, äh, Schreibtisch. Ich kann an deine Truhe nicht reingehen. Nee, aber ich hatte das in den Schreibtisch gepackt. In den hier. Ich hab den komplett ausgeräumt. Oh. Oh. Ich hab das wohl gefeiert. Ich dachte, lol, der ist ja wieder voll. Alter, was ist da draußen los? Warum sind da so viele auf einmal? Hallo? Ist der Geist da? Weiß ich doch nicht. Blubschi? Mach mich nicht. Wir wurden gesehen. Mach mich nicht fertig. Jetzt nicht mehr. Okay, die sind auch gerade ruhig geworden. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt so toll finde, dass die auf einmal ganz stumm sind. Ich find das überhaupt nicht gut. Ähm. Kann der Geist einfach so durch Mauern rein und so, oder muss er auch dann durch? Nein, nein, das geht nicht. Der macht das erst kaputt. Okay. 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 Was hältst du gleich vor der beruhigenden Runde Paragon? Ich glaub, das könnte ich so langsam... Alter, hättest du mir bloß nichts von diesem komischen Scheißgeist erzählt, du? Leere Leiche? Ja, man kann Leichen abbauen. Geil. Ja, kann man. Was war das? Ich hab' das auch gehört. Bei mir steht, ich wurde gesehen. Bei mir ist... äh, hab' ich gerade irgendwie so ein Chinesen-Auge in mein Gesicht. Ja, ich auch. Das heißt, du wurdest gesehen. Achso, okay. Schon wieder? Ich verprügel mal kurz die Leiche hier, das kann ich jedenfalls. Äh, ist das die Melodie, die du meintest, dass der Geist kommt? Das kommt immer... Beschütz mich! Okay. Ich bin da. Jetzt ist es aber auch wieder weg. Ich hab' Angst. Was meinst du, was ich für Schiss hab, Alter? Ich bin nicht für so... Sag mal, kommt das, wenn ich auf die Leiche draufschlage? Bleib einfach in der Ecke. Falls der reinkommt, klär ich das. Dann sterbe ich zuerst und dann beendest du die Folge. Ja? Okay. Moment, das kommt, glaub ich, weil ich auf die Leiche hier einschlage. Das Geräusch meine ich doch gar nicht. Dieses Ding, oder nicht? Das. Das. Das ist doch ein ganz normales Geräusch. Willst du mich verarschen? Nicht das, dass ich auf die Leiche einschlage. Nicht dieses... Pfff. 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 Dieses Ding. Da war's nämlich schon wieder. Erstmal Maiskorn messen. Die Leiche hat gerade gefurzt, ey. Und ist in der Luft ausgegangen. Wie das aussieht. Du isst gerade mit deinem Kinn. Wie machst du das? Hast du ein bisschen Wasser für mich? Ich muss mir das gerade so bildlich vorstellen, wenn du vor mir sitzen würdest, wirst du ein Maiskolbe da, den du die ganze Zeit anknabberst. Hast du ein Schlündchen Wasser für mich? Geil, Alter, ich kann nicht mehr. Äh, nee, ich hab leider kein Wasser mehr. Ich hab drei Glaskrüge. Ähm. Bring... Ist das klug, wenn wir... Geh nicht an dieses Loch. Versteck dich in der Ecke. Was ist da passiert? Erzähl ich dir nicht, sonst stirbst du wieder. Hast du gerade gespawnt, bist du bis auf die Fresse gefallen. Geiler Spawnt, ey. Hä? Was ist denn passiert? Erzähl. Da war auf einmal irgendwas, was auf mich geschossen hat und ich war sofort tot. Auf dich geschossen? Irgendwas Grünes kam auf mich zu, Mann. Entschuldigung, ich wollte nicht furzen. Ja, genau. Hä, wie was Grünes? Hä? Ja, wie so grüner Schleim auf mich zugeflogen und ich war tot. Ich find's atemberaubend, dass selbst du viele Dinge noch nicht weißt von diesem Spiel. Ich bin jetzt kein Profi, aber eigentlich weiß ich ein bisschen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich's gut finden soll oder schlecht. Eigentlich ja schlecht, weil du sollst mich beschützen. Du findest das gefährlichst gut, sonst kommt mein Messer. Du schickst hier damit gerade selber ins Bein. Einfach so von hinten in die Wade durch. Ich seh das nicht. Das sieht so geil aus. Soll ich mal gucken gehen? Wobei, nein, ich sollte nicht. Nein! Du darfst mir nichts tun. Ich hab nur 33 HP. Das, Alter, ich hab ne Schaufel in der Hand. Ich tu dir nichts. Steht der da? Ich hab ne Schaufel in der Hand. Ich tu dir nichts. Ich hab nur 33 HP. Ich brauch erstmal nen Schlafsack. Dann kannst du mich gerne töten. Aber. Hä? Hä, was kam da denn grünes Aufschicht zu? Hast du das nicht gesehen? Ich stand eigentlich vor dir. Ich stand hier. Und du bist hier vor meinen Augen. Ne, ich stand hier. Ich wollte gerade fragen, ist das ne gute Idee, wenn wir die Fenster wegmachen, dann können wir wenigstens rausgucken. Aber das Problem ist, dann können die Zombies wahrscheinlich auch reingucken. Und dann hab ich mich umgedreht und auf einmal du... Dann können die auch rausgucken, das stimmt. Auf einmal bist du tot. Ich nur so, ähm, 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 was? Ich geh mal kurz hier in die Ecke. Okay, Klubschi. Ja? Ich würd sagen, wir beenden die Folge und machen jetzt ne Wellness-Folge Paragon. Moment, ich möchte doch einmal kurz meinen Schlafsack machen. Okay, mach das. Dunkel, ich weiß nicht, ob ich schon raus kann. Äh, geh... Ja, der Geist freut sich, geh einfach. Ja, geh du mal gucken. Du hast ja noch hier... Du hast voll HP, bist gerade neu, du hast einen Schlafsack. Geh mal bitte gucken. Ich möchte das aber nicht. Geh mal bitte gucken. Ich will nicht wieder so weit laufen müssen. Sei nicht so ne Pussy, Mann. Ja? Ich bin hinter dir. Falls was ist, töd ich dich. Ich komm nicht raus. Ich komm nicht raus. Die Tür lässt mich nicht. Der Geist ist da. Hi. 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 Geister. Äh, was war das? Gefahr ist vorbei, wir haben 6 Uhr, es ist morgen. Was war das jetzt für Musik? Also war das jetzt hier, äh, Gefahr ist vorbei, oder was? Äh, ne, das war einfach so ne It's Morning Musik. It's Morning, Darling. Wenn du willst, beschütze ich dich, während du dieses Zeug holst. Eigentlich passiert jetzt nichts mehr. Ja, eigentlich. So im Groben. Das gibt dir mal Ausnahmen, ne? Solltest du jetzt sicher sein, aber wenn du stirbst, die Versicherung nimmt keine Haftung dafür. Ich hab keine Ahnung, wie viel ich brauch, aber ich glaub ich soll das haben. Oh, Messie. Ähm, ja, ja, ja. Mir geht es gut. Ich hör die ganze Zeit Zombie gestimmt. Lass mal kurz hinterm Haus gucken. Was da mit den Zombies jetzt los war. Die despawn ja nicht, oder? Wenn die ankommen. Ja, weiß ich nicht. Weil die können durch deine Fallen gestorben sein, oder? Ja, wenn da Blut dran ist, dann war da einer. Ein bisschen Blut kann auch gerade von mir gekommen sein. Lass mal kurz gucken. Pass auf, gleich liegt dein toter Geist und du hast den Geist einfach mit dem Stacheln getötet. Ja, wahrscheinlich. Das wäre einfach so krank. Ich würde dich feiern. Und dann steht der auf und holt dich. Dann bin ich fertig mit diesem Spiel, ey. Dann, äh, fass ich das nie wieder an. Ich bin halt überhaupt nicht der Typ für Horrorspiele. Ey, selbst beim Zugucken, ich kack mir so hart in die Hose, bis die Hose durchgeschissen ist. Hier liegen echt ein paar Zombies. Das ist bei mir genauso, Mann. Ein Kriecher. Was ist denn ein Kriecher, Alter? Das sind die wie ein BO3 oder so. Die einfach kriechen. Sag's jetzt nicht. Kriecher kriechen? Was? Nein. Nein. Ja, gleich wird das zum Runner, dann rennt der den hinterher. Ja, dann kannst du aber sehen, wie schnell ich weg bin. Bei mir steht, ich bin feucht, muss ich mir jetzt Sorgen machen. Ähm, nee, das ist normal. Das liegt am Geist. Das sind die Entzugsanscheinungen. Nee, nicht Erzugsanscheinungen. Wie heißt das nochmal? Nebenwirkung. Okay, gut. So, ich sehe gerade, ich muss das Video auf jeden Fall in zwei Hälften schneiden, weil sonst als ein Video ist das ziemlich lang. So. Äh. Einen Schlafsack wollte ich ja machen. Schön, wie du da oben sitzt übrigens. Hat was? Wow, das soll ja jetzt 17 Sekunden. Alter. Hm. Also, wie ist das jetzt? Ist das klug, Fenster wegzumachen? Dann kann man wenigstens was sehen, oder sollte man das nicht tun? Nee, nee, ist nicht klug. Nicht tun? Lieber von oben, dann irgendwas aufs Dach bauen. Boah, das könnte man natürlich auch. Äh, Schlafsack, Mr. Schlafsack, es ist endlich soweit. Moment mal. Hä? Wie dreht er den denn? Pass auf, dann können wir wunderschön... Dann können wir wunderschön... Neu, ich könnte ihn auf dir drauf platzieren. Ähm. Sag mal, muss das... Hä? Ich kann meinen nicht direkt neben deinem legen? Ich wollte ihn andersrum machen, dann können wir 69 machen. Ach, öle. So, wir wissen ja, man schläft mit dem Kopf immer weg von der Tür. Bam. Ab in die Heuer. Bist du noch da? Ja. Ich denke, der Typ zurückgezogen hat. Nö. Okay, jetzt nicht mehr, schade. Ja gut, dann würde ich sagen, ähm... Ja, holt den dicken Bug. Was war das? Lol. Hast du die gerade kaputt geschossen, die Scheibe? Jetzt hör doch mal auf damit. Aua! Ich hab nur 3 HP. Hör auf! Ich hab dich doch auch nicht getötet. Wo bin ich denn hier? Bitte nicht. Ja, ich lasse sie. Nicht tun. Danke. Wow. 3 HP. Danke. Was soll ich damit jetzt anfangen? Dein Ernst? Dein Ernst? Du hast mich getötet. Weißt du was? Ich wollte wechseln vom Bogen zum Messer und auf einmal liegt da nur noch ein Rutsch. Erscheine auf dem Bett, erscheine beim Bett. Ähm. Wo ist da der Unterschied? Eigentlich das Gleiche. Okay. Ähm. Ja. Okay, ich verabschiede mich schon mal. Sorry, dass ich dich getötet hab, Klubschie. Ich hasse dich. Was? Stimmt doch gar nicht. So, ja. Ich verabschiede mich hier jetzt auch. Wir haben jetzt Tag drei, neun Uhr, zwei. Und, ähm. Ja. Wenn ihr mehr sein wollt von unseren chaotischen Survivalen hier, dann lasst es uns doch gerne wissen. Ich hab auf jeden Fall ordentlich Spaß gehabt. War ordentlich, ähm. Was machst du da? Ähm. Was machst du da? Okay. Ich hab noch 25 HP. Nein, nicht schießen! Nein, bitte nicht! Nein! Nein! Ich hab... Ich verblute, ich verblute, ich verblute, ich verblute, Alter. Ich... Ja, jetzt hör doch mal auf, Alter! Ja, ich will jetzt auf, ich wollte nur die Reaktion nochmal sehen. Mir ist gerade aufgefallen, du bist wiedergekommen und bist in die Mauer gefallen. Oh. Ja, da, da bin ich zu Hause. Jetzt hab ich das Fenster hier kaputt gemacht, das war nicht so schlimm. Ah, wir wollten noch keine Fenster kaputt machen. Alles klar, mach das doch auch noch kaputt. Ich hätte zwar eine Glasscheibe gehabt, aber... Ich hab ne Lösung. Ich hatte irgendwo ne Glasscheibe. Ich hab drei Glasscheibe. Ja, ich weiß, woher du die hast. Lass mich raten, die waren wunders... Wundersalbe waren sie in diesem Schreibtisch drin. Ey, jetzt können wir sogar rausgucken auch. Oh ja. Sind die Zombies zu uns, wenn sie reingucken? Ja. Geil, hast du gut gemacht. Hä? Was? So, ich bin jetzt weg. Tschüss! Nein! Was holt er da? Er holt den Weißkolben! Ich muss ihn zacken! Okay, Leute, das war's. Hut rein! Da macht er sogar den Server aus. Tschüss! Oh, Mann, ey!